Heute kann ich euch ein neues, sehr besonderes Modelabel vorstellen. Dieses Kleid, was ich anhabe, ist genau von diesem Label, und zwar von Heimatkleid. Ich fand das super interessant, wie sie Inhalte mit Mode verbindet, wie Heimatkleid wirklich was reißen will. Das hat mich richtig angesteckt. Ich wollte auf einmal, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas machen, für irgendwas sein. Für das Richtige sein. Ich hab auf einmal gespürt, genau hier ist dein Platz. Ich hab mich immer gefragt, wo ich hingehöre. Genau hierher. Mit Mode für eine bessere Weltkämpfung. Und dann kamen die ersten Kommentare unter dem Video. Nazi-Braut, schäm dich. Mann, dieses Kleid. Es war vorne nass geheult, und wenn der Stoff nass wird, beginnt er zu jucken. Und ich kratzte, und oh Mann, das schien immer enger zu werden. Nazi-Dots, Nazi-Dots, Nazi-Dots! Toa des Bundes, I wanna be, I wanna be lost, da.